Servus Leute! Heute gehe ich wieder ein bisschen longboarden für den Sonnenuntergang. Ja, schon ziemlich spät, hatte heute lange Schuhe. Ja, bis gleich! So Leute, ich schwör's euch, die Straße hier ist so cool. Wirklich perfekt zum longboarden. Ja, hier plus hier hinten die Sonne. Besser geht's gar nicht. Mögen wir später noch. So Leute, hier wieder in die Monter Ecke. Ich will mich nur darauf verabschieden. Es ist schon so spät und ich muss noch im Video sein. Ja, ich hoffe, der Flow hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao!